Die zu veräußernde gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Mariendorf. Das Objekt wurde 1910 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 184.500 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Das Objekt wurde auf 205 Stunden in Berlin-Mariendorf gekämpft. Das Objekt wurde als Objektised. Soll die Bewerbung durch die Abenteuze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.